Geht es denen, die Greichen, Haarbecken und Bärbocken, wirklich nur noch um den eigenen Egoismus, die Bereicherung von sich selbst auf Kosten aller anderen? Grüß Gott! Vielen reicht es offenbar jetzt. Ihre Geduld wurde offensichtlich überstrapaziert. Kein Wunder, denn die grün-lackierten Ampel-Marxisten versuchen ja seit Monaten unbeirrt, alles, aber auch alles zu tun, um den Bürgern zu beweisen, dass es ihnen auf keinen Fall um die Bürger geht. Und selbst der Gutmütigste kann irgendwann aufwachen und auch gereizt sein. Das ist nicht gut, oder? Ob Landwirtschaft, Energie, Freiheit, Reisen, Eigentum oder Sprache, die Grünen scheinen wohl alles zu hassen, was den Menschen etwas bedeutet und für sie wichtig ist. Ihnen ist es wohl auch egal, dass Generationen mühsam viel erarbeitet haben und viel erreicht haben. Geht es denen, die Greichen, Haarbecken und Bärbocken, wirklich nur noch um den eigenen Egoismus, die Bereicherung von sich selbst auf Kosten aller anderen? Und dann wundern sich manche, dass eine von allen verteufelte demokratische Partei, die man nicht mag und die grundsätzlich verteufelt wird, dass eine solche Partei Zuwachs und Zulauf bekommt. Da wundern sich alle, die mitmachen und sich grüner Zerstörungs- und Verachtungsideologie willenlos ergeben haben und die generell und überhaupt andere, die Nachfragen verteufeln. Dann fragt man sich, woher kommt denn diese Zustimmung für diejenigen, die eben im Einheitsbrei der Ergebenheit nicht mitmachen? Während alle anderen ihren Kotau vor den Ideologen machen, wundert man sich dann. Es ist vielleicht für manche ärgerlich, wenn jetzt nicht nur in Amerika einzelne Firmen auch damit anfangen, sich öffentlich von der radikalen Zerstörung zu distanzieren und den radikal-extremen Verachtern und Menschenrechtsignoranten Widerstand entgegensetzen. Aufwachen ist nie etwas Gefährliches. Oder sollte es jedenfalls nicht sein. Aufwachen und sich für Demokratie, für Freiheit und Menschenrechte einzusetzen, für das, was auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht, das ist, glaube ich, jetzt die erste Bürgerpflicht. Damit es eben nicht eskaliert, sondern damit Freiheit wachsen kann, gelebt werden kann. Ihr Martin Lohmann. Immer aktuell und immer auf den Punkt. Lohmann.genau. Hier finden Sie weitere Videos. Lohmann.genau. Und wenn Sie hier oben klicken, finden Sie Videos Lohmann direkt, wo ich im Gespräch bin mit interessanten Persönlichkeiten, die viel Wichtiges und Gutes zu sagen haben. Ich danke fürs Liken, fürs Abonnieren dieses Kanals, für Kommentare und freue mich aufs Wiedersehen.